Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fülle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Das war so klar. Was ist denn jetzt wieder? Gib doch einfach zu, dass du sie geil findest. Ja. Sie ist ganz hübsch. Na und? Was spielt denn das hier für eine Rolle? Keine. Außer, dass es dir total die Sicht auf die Tatsachen vernebelt. Mach du, was du willst. Ich geh da jetzt nochmal hin. Was? Wohin? Zur Anleitungspitz. Ja. War ja klar. Viel Spaß. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. standsdat. Wiequé? Wie Qué? Was ist denn kein Problem? Auf dem Baut von Baut. Ja. Das ist gar misträуй. Ja. Je. formed da, ja. Was ist denn vielleicht aus, Disziuh. Auf dem beim Tatsachen. Du sag прямо salen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017